Mit diesem kleinen Tipp wirst du zwangsläufig dein Leben grundlegend verändern können. Denn oftmals sind es die kleinen Dinge, die den großen Unterschied machen und die großen Dinge, die oftmals einen relativ kleinen Unterschied machen. Und wenn das paradox für dich klingt, dann schau dir hier dieses Video an. Ich möchte dir zu Anfang folgendes Bild nennen. Stell dir vor, du bist in der Wüste unterwegs und hast deinen Kompass vielleicht ausgerichtet und gehst geradeaus. So, du gehst, du gehst, du gehst und auf einmal schleicht sich irgendwie ein kleiner Fehler ein. Und du weichst ungefähr ein Grad, ein ganz, ganz bisschen von deiner Route ab. In dem Moment wird das nicht wirklich schlimm sein und du wirst 50 Meter gehen, 100 Meter gehen, wirst zurückgucken und wirst denken, naja, ich bin ja immer noch in richtiger Richtung, so Pi mal Daumen, die Route passt und wirst weitergehen. Und dann wirst du 500 Meter gehen und einen Kilometer gehen und du wirst auf einmal feststellen, naja, okay, gut, ich bin jetzt ein bisschen abgewichen, aber das macht den Kohl nicht fett und wirst weitergehen. So, und dann irgendwann, und das ist der springende Punkt, wirst du nach 5 oder nach 10 oder nach 20 Kilometern gucken und du wirst feststellen, oha, wie kann das denn jetzt sein? Ich habe da nur eine kleine Veränderung gehabt und auf einmal bin ich so weit von meiner Route ab. Genau so funktionieren Veränderungen im realen Leben. Das heißt, stell dir vor, du gehst regelmäßig zum Sport oder du gehst nicht regelmäßig zum Sport. Es ist egal, wie rum du es nimmst. Und nehmen wir an, du gehst regelmäßig zum Sport und jetzt bleibst du einen Tag zu Hause und du guckst und du merkst, oh, mein Körper ist ja eigentlich noch genau wie vorgestern. So schlimm ist das ja gar nicht. So, aber dadurch, dass du das denkst, dadurch, dass sich das manifestiert, wird es vielleicht nächste Woche auch wieder den Tag geben, wo du einen Tag nicht hingehst. Und du wirst wieder gucken, das ist ja kein Problem. Sondern irgendwann bekommst du an einem zweiten Tag, wo du eigentlich hingehen würdest zum Sport in der Woche, den Gedanken, naja, ich habe ja die Erfahrung gemacht, so schlimm ist es gar nicht, wenn ich nicht hingehe, also bleibe ich wieder hier. Und du wirst es wieder tun und wirst wieder feststellen, ah, okay, ja gut, ich habe ein bisschen Kraft verloren, aber hey, vor dem Spiegel ist alles cool, vor dem Spiegel ist alles super. So, und du wirst es wieder machen und es schleicht sich ein. So, was passiert ist aber, nach einem Jahr wirst du merken, oh, so viel hat sich auf einmal verändert. Wann ist das passiert? Wo kam das her? Genauso ist es natürlich auch umgekehrt. Also bei mir war es umgekehrter Fall, ich habe 110 Kilo gewogen, dachte mir, scheiße, ich muss was verändern. Habe was verändert und ich habe geguckt dann nach einem Monat, mega viel Anstrengung die erste Zeit und dachte mir dann vor dem Spiegel, hm, gut, so viel hat sich nicht getan. Aber ich wusste, ich muss diese Veränderung, diesen Change Process nur lange genug beibehalten und über den Faktor Zeit werden sich die Ergebnisse enorm verändern. Und genau so ist das auch gekommen. So, und denselben Inhalt, denselben Content, den möchte ich dir jetzt hier in diesem Video nennen, denn eine Sache dafür ist entscheidend, wie du diesen Tipp gleich nutzen wirst und auffassen wirst, trägt erheblichst zu dem Einfluss bei, den dieser Tipp auf dein Leben haben wird. Und auch das mag jetzt paradox erscheinen und ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil das Internet ist voll mit Informationen. Noch nie haben wir in einer Zeit gelebt mit so viel Informationen und mit so viel Überfluss an Informationen. Du schaust jetzt vielleicht dieses Video und denkst schon, während du dieses Video schaust, Alter, was ist der Tipp? So, du spürst vielleicht schon diese, du willst jetzt den Tipp wissen, denn wir sind so auf Fortschritt und Leistung etc. programmiert, dass sich die wenigsten überhaupt die Ruhe nennen, einfach mal entspannt zurückzulehnen und zu hören, was der Mann mit Bart hier zu sagen hat. So, ich möchte dich aber nicht viel länger auf der Folter spannen, sondern ich möchte jetzt diesen Tipp nennen. Denn, wie gesagt, die kleinen Veränderungen bewirken großen Unterschied. Und dieser kleine Tipp, den ich dir jetzt geben möchte, ist, wenn du morgens aufstehst, schaue die ersten 60 Minuten nicht auf dein Handy. Und du wirst jetzt vielleicht denken, ja, möglich, ja, kann sein, weiß ich schon etc. Aber es bringt nichts, das zu wissen, du musst es auch tun, weil sonst hat es keinen Impact, sonst verändert es nichts. Aber ich möchte jetzt sagen, warum das so einen großen Unterschied für dein Leben machen wird. Aus spiritueller Sicht ist eines der Hauptprobleme, welches wir im Leben haben, dass wir zu sehr reagieren auf die Dinge, die uns im Außen widerfahren. Irgendwas passiert, wir bekommen eine gute Nachricht oder eine Kündigung oder Partner macht Schluss oder wir bekommen irgendwas anderes und wir reagieren. Oh, das ist ja wunderbar oder das ist ja furchtbar oder das ist ja super oder das ist ja schrecklich. Und so weiter. Dadurch, dass das Leben bekanntlich auf der äußeren Welt Höhen und Tiefen hat, reagieren wir die ganze Zeit himmelhoch jauzend oder trübsal blasend. So, das ist ja toll, das ist ja furchtbar, toll, super und schrecklich, bla, blub. So, logischerweise muss unser Leben sich willkürlich anfühlen, wenn wir die Sachen, die hier passieren, immer bewerten. Super schrecklich, super schrecklich. Unser Leben muss ja ein Auf und Ab sein. Wie soll das anders funktionieren? Das heißt, eines der Hauptziele der spirituellen Entwicklung ist, dich rauszubringen aus der Reaktivität. Dich rauszubringen daraus, dass du die ganze Zeit reaktiv bist auf die Dinge, die hier im Außen geschehen. So, und einer der Dinge ist, indem wir es hinbekommen, dein Verhalten dahingehend zu ändern, dass du nicht immer alles direkt bewertest, sondern aus einer Position der Stille heraus agierst. Und zwar so, wie du das möchtest, proaktiv. Und das machen wir am effektivsten am Morgen des Tages, denn Hermann Hesse hat das schon so schön geschrieben, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Genauso ist es auch mit jedem einzelnen Morgen, jeden einzelnen Tages. Das heißt, jedes Mal, wenn du aufwachst, steckt am Morgen ein bestimmter Zauber. So, wenn du zehnmal den Snooze-Button drückst, dann programmierst du dich quasi schon darauf, dass der heutige Tag ja nicht so wichtig ist und nicht so einen Impact und nicht so einen Einfluss hat auf dein Leben. Das ist ja nur einer von vielen. Wenn du aufstehst und sagst, komm, let's go, dann programmierst du dich darauf, dass unabhängig davon, was passieren wird, dieser Tag einen großen Unterschied in deinem Leben machen kann. Und das löst natürlich komplett andere Gefühle aus. Eventuell wirst du im Umkehrschluss den Satz kennen, oh, ich bin schon mit einem falschen Fuß aufgestanden, was ja erstmal rational überhaupt keinen Sinn ergibt. So, was ist schlimm daran? Steht man halt immer mit rechts auf, dann mit links. Ja, aber der Punkt ist ja folgende. In dem Moment, wo unsere erste Handlung am Tages irgendwas, ich sag mal in Anführungsstrichen, negatives ist, oder wir stoßen uns das Bein oder sowas am Morgen, in dem Moment kommen wir oftmals in so eine Abwärtsspirale. Wir machen dann das Radio an und zufällig kommt irgendeine Musik, die wir total hassen oder die uns mega nervt. So, wir fahren zur Arbeit und zufällig geraten wir in einen Stau. So, wir fahren dann weiter und zufällig nimmt uns einer die Vorfahrt. So, wir fahren dann zur Arbeit und zufällig sind die Kollegen heute schlecht drauf und nerven dich total. Hm. Okay. Andersrum übrigens genauso. Wenn dir irgendwas Positives am Morgen passiert, bist du oftmals in so einer Upwards-Spirale, in so einer Aufwärtsspirale. So, genau das können wir für uns nutzen. In dem Moment, wo du die ersten 60 Minuten am Tag dein Handy nicht benutzt, programmierst du dich selbst darauf, weniger reaktiv zu sein. Denn das Erste, womit du den Tag startest, ist nicht, oh, Lisa hat geschrieben, oh, was soll ich antworten, oh, Peter hat sich auch gemeldet, oh, da ist eine Sprachnachricht, die muss ich mir erst mal anhören. Und dann bekommst du schon die ganze Scheiße rein. Dann bekommst du, guckst du auf Facebook und dann siehst du Krieg, Mord, Totschlag und so weiter und so fort. Und denkst dir, oh, alles ist scheiße. So, und genau das ist der Punkt, von dem wir weg wollen. Genau aus dieser Reaktivität wollen wir weg, um unser Leben proaktiv gestalten zu können. Das heißt, mein Tipp an dich, die ersten 60 Minuten am Tag, leg dein Handy weg. Stell dir auch deinen Wecker nicht mit deinem Handy. Kauf dir einen anderen Wecker und stell den. So, leg das Handy am besten auf eine andere Seite des Raumes, in dem du schläfst. Geh gar nicht ran. Geh nicht ran. So, stell dir einfach einen Wecker und dann die ersten 60 Minuten sei nicht am Handy. Reagiere nicht auf die Sachen, die in deinem Handy stehen oder was für Nachrichten reingekommen sind, etc. Sondern konzentrier dich nur auf dich selbst und darauf, wie du den Tag gestalten möchtest. So, fülle diese 60 Minuten mit den Sachen, die du gerne tust. Trink vielleicht einen Kaffee, aber trink ihn bewusst. Trink ihn nicht und sagst dir, ja, was soll's und bist dann nebenbei dein Handy und guckst dir die Nachrichten durch, weil, naja, ob das jetzt so einen großen Unterschied hat, weiß ich ja nicht. Ich hab gestern auch in mein Handy geguckt. Gestern hat es keinen Unterschied gemacht. Wieso soll es heute einen Unterschied machen? Und genau das ist der Punkt, den ich zu Beginn besprochen habe. Es ist wie in der Wüste. Du merkst am Anfang keinen Unterschied. Aber in 10 Jahren entscheidet das darüber, ob du am Ziel ankommst oder dich komplett verlaufen hast. So, und das ist wichtig zu verstehen. Denn diese 10 Jahre werden so vergehen. Und je älter du wirst, umso mehr wirst du verstehen, worüber ich gerade rede. Denn umso jünger du bist, umso langsamer vergeht die Zeit. Es gibt verschiedene Theorien darüber, warum das so ist. Die einen sagen, wenn du 20 Jahre alt bist, ist ein Jahr deines Lebens relativ gesehen 5%. Wenn du 100 Jahre alt bist, dann ist ein Jahr deines Lebens relativ gesehen 1%. Der Punkt ist aber folgendes. Die Zeit vergeht faktisch gefühlt schneller, wenn du älter wirst. Wenn du jemanden fragst, der 50, 60 ist und sagst, hey, die letzten 20 Jahre, wie schnell vergingen die? Werden sie irgendwie zack. So, ich habe mich als Kind immer gewundert, wie das kommt, dass ich Silvester feiere. Und die anderen, oh, ist schon wieder Silvester? Das gibt es doch gar nicht. Ich dachte mir, hä? Das war jetzt ein ganzes Jahr. Und dann diese ganzen Sätze wie, ja, es kam mir vor, als wäre es gestern gewesen. Ich dachte mir, wie ist das möglich? Aber du wirst es merken, wenn du älter wirst. Also sei vorsichtig und seh zu, dass du jetzt in jungen Jahren Gewohnheiten etablierst, die dazu führen, dass du in 10, 20 oder 30 Jahren komplett woanders stehst, als du aktuell bist. Deshalb ist das so wichtig. Deshalb tu genau das. Leg die ersten 60 Minuten am Tag dein Handy weg und die Dinge, die du tust, tu bewusst. Wenn du möchtest, meditier, entspann bei einem Kaffee, lies ein interessantes Buch. Mach Dinge proaktiv, anstatt zu reagieren auf die Dinge, die dir von der äußeren Welt vorgegeben werden und dein Leben wird sich zwangsläufig komplett verändern. Nicht heute, nicht morgen und auch nicht übermorgen. So, dieser Kanal hier ist nicht für die Quickfixes, dieser Kanal ist nicht für Erleuchtung in zwei Stunden. Dieser Kanal ist auch nicht für all die Dinge, die sich geil anhören, aber nichts bringen. Dieser Kanal ist für all diese Leute, die wirklich wachsen wollen, wirklich an sich arbeiten wollen und wirklich über sich hinaus wachsen wollen, die aber auch den intellektuellen Horizont haben, um zu sehen, dass das nicht von heute auf morgen geht, sondern, dass das einfach alles Illusion ist und Marketingversprechen, die sich gut anhören, aber nicht nachhaltig sind und dass, wenn man wirklich was verändern will, dann man auch wirklich was dafür tun muss und zwar nicht nur zwei Tage oder zwei Wochen, sondern längerfristiger, aber die wissen, dass sich das lohnt. Die wissen, dass man alles sehen muss, bevor man ernten kann und die den Wunsch danach haben, die richtigen Sachen zu sehen, um die richtigen Sachen zu ernten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau mal hier unter diesem Video, da findest du einen Link, auch im ersten Kommentar und da steht, erfahre mehr über meinen Coaching. Da findest du lauter solcher Inhalte, die nur dafür gemacht sind, um dein Leben nachhaltig zu verändern. Schön, dass du dieses Video gesehen hast. Wenn es dir gefallen hat, dann schreib gerne in die Kommentare, wie du das siehst, ob du ähnliche Routinen hast oder ähnliche Sachen hast, die du machst und ob du vielleicht selbst schon die Erfahrung gemacht hast, dass es manchmal die kleinen Dinge sind, die den großen Unterschied machen. Mach es gut, bis bald, adios.